Und damit wieder ein herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch, ich muss selber gerade schauen, Death in the Family. Und wir sind schon sofort drin im absoluten Grubeliselflur, schlechthin. Ich weiß nicht, ob das eine Wohnung sein soll, schon der Fußabtreter törnt mich tierisch ab, Alter. Was ist das denn? Tüch, Tuch. Warum drin vor allen Dingen? Ne? Ah, toller Parkettboden, wunderbar. So, dann schauen wir mal hier, was haben wir da? My name is Tom, my family is the most important thing that I have. My wife, a very beautiful and sweet girl, gave birth to my daughter and are still expecting a child. I hope there will be a son. Daughter, her name is Julia. She is 10 years old, she is very smart, she studies well at school. She wants to become an actress. So, muss es, glaube ich, muss man nicht groß was zu sagen. So, schön. Haben wir eine Taschenlampe? Nö. Haben wir nicht? Alter, überlegt doch mal, ihr habt so einen Flur zu Hause. Mit so einem Bild. Alter. What? Wie? Was ist... Warum? Mit so einer Beleuchtung. Mann, wieso? Wieso, Alter? Du könntest hier so eine Galerie, so eine geile machen, ey. Aber nein. Nö. Da hängt mal einfach eine Leuchterfröhre hin und darunter einfach ein Bild von so zwei creepy people. Schön. So, Tür. Kommen wir näher hin. Ist zu. Hier vorne haben wir nochmal so ein wunderschönes Bild. Mal gucken, was das ist. Vier. Oh. Schau mal, hier steht eine Vier. Benni. Benni, schreibt bitte auf. Ihr müsst wissen, Benni ist, äh... Ist quasi heute bei mir auf dem Ohr, ja. Und, äh... Benni ist leider out of order. Ihr könnt talk. Ihr könnt talk. But you can road. So. Benni. Please road the four. For us. So. Ist halt der Flur, ist ja... Warte ich jetzt die erste Tür? Ja. Ja. Oh. Oh, nö. Oh, Gott. Oh, ist das für ein Kinderzimmer, Alter. Oh, ist ja traumatisierend, ey. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, du tippt doch Hasi. Ja. Today my wife is going to find out who will be born. I hope there will be a boy. My friend and I are expecting a baby. My wife is also worried. Julia drew a picture of my mother and herself today. A beautiful drawing. Schön. Auch schön. Also, ich bin ja wirklich ein Freund von, von, von weitausladenden Wohnungen. Ja, aber das ist doch nur wirklich lächerlich. Ja, doch, denn so eine Tür, Alter. Ist doch nichts für dicke Menschen. Hier wird verstecken bleiben. Weil ich auch tue, glaube ich. Ja. Sind mich gerade ein bisschen erschrocken vor dem Kuscheltier da hinten, ey. Woher? Mann, Alter. Was? Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Es ist ja wirklich... Ja, und jetzt lässt es mich unter die hessische Scheiß-LED-Future-Lampie oben im Arsch oder was. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. So hört sich das an, wenn du nachts über Lego-Steine läufst. Hey, mach doch mal Licht an! Danke. So, kann ich jetzt... Kann ich raus? Was ist das hier hinten für eine Tür? Warum ist... Hier kommt auch kein ab. Wer hat dich hierhin nicht gestellt? Hasi. So, ich möchte aus diesem schrecklichen Zimmer wieder raus. Code of the Lamp! So, dankeschön. Dankeschön. Ganz schau. So, dann los ich mal die anderen 200 Meter runter. Mal gucken, was uns da noch erwartet. Kann man hier hin? Nein. Oh, klasse Schrittbeispiel, ne? Du hast halt, äh... Eigentlich ist... Du hast alle Kohle der Welt um dir wirklich einen geilen Boden. Und du wirst, wie teuer das ist, sich das Ding mit Parkett zu legen. Irgendwie von der Größe. Aber du hast nicht die beschissene Kohle, Alter, für vernünftige Türblätter. Nein, da muss das Wurmstiche alte Scheiße sein. Die letzten Rotzblätter. Könnt ich mal aufregen. Könnt ich mal aufregen. Und im Bad Teppich. Könnt ich... Manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Oh, wirklich. Also, okay. Also... Ah... One thing to upset her with a future sister. Ja, ist halt schade. Wir kriegen halt immer alle Vertrauen. Oh, wo jetzt hier? Ah, jetzt hier... Ah, guck mal. Hier ist wahrscheinlich... ...diese lebensbejahende Badezimmer vom Kinderzimmer aus. Hier ist da bestimmt drin. Und... Wir haben natürlich kein Spiegelbett. Haben sie natürlich schön gelöst in dem Falle, indem sie den kaputt gemacht haben. Oh, Gott. Die Decke selbst gefließt, Alter. Die Decke gefließt. Junge, was ist denn los? Und die Wanne. Könnt ihr mich ja auch haben. Schaumbad. Smooth Operator. Smooth Operator. Oh, nein. Na? Oh, nein. Nein. Nein, 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 nein. Ah! Das ist ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Reinjauern. Also wirklich, da fällt mir mal ein Spaß ein. Also wirklich, da fällt mir mal ein Spaß. Oh, nein, dass man gleich damit Prefi. Ich wiederjau- Du bist es Ihnen.